so mal gucken wo wir hinkommen ich glaube das war genau hier unten bei dem einzelnen typen der brichter gleich durchs glas wir sind auf dem richtigen weg aber der schock die können üblich werden die jungs ganz klasse weil mit der kleinen injektion komme ich da nicht weit leider so wir sind jetzt einmal hier jetzt müssen wir leider noch mal da habe ich doch eine kiste vergessen hier aber wir brauchen mehr zeit aber sie sagen das sagen wir immer hauptsächlich weil es wahr ist youtube hier ist auf lange sicht die bessere lösung es hat nicht die nebenwirkungen von rison was nicht ganz stimmt es hat eine unmittelbare verheerende wirkung doch anstatt über jahre hinweg tritt sie sofort auf trotzdem sie lassen sich nicht aufhalten die menschen diese armen armen menschen wir sind hier um ihnen zu helfen oder nicht das ist unser job wo ist denn sonst der sinn ja aber das ist ja alles lüge vielleicht war es anfangs bank oder vorsatz aber was regiert die welt natürlich geld was ist denn mit dem nicht richtig so wir kommen hier auf jeden fall irgendwo anders hin wo ich eigentlich hin will glaube ich noch nicht oder ja selbst wenn ist ja auch egal wenn wir eher das mit also so gut wie möglich ach ja kommen hier zurück alles klar ich will aber eigentlich noch nicht aber schon mal gut hier kommen wir auf jeden fall zurück wissen wir das oder eben wenn wir sterben dass wir da wieder wieder hinkommen da müssen wir jetzt hier lang so 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 Nun gut, sehr gut, sehr effizient. Ich hoffe, es wird alles zu mir hinzufügen. Alles in Ordnung, alles läuft glatt, korrekt und fristgerecht. Ah ja, guck mal, wir sind bei Musikkator 3. Was wollte er sagen? Hab's nicht verstanden, war einfach weg. Ich muss jetzt mal gucken, ob ein Mikro an ist. Ja, da sind die Kompaterin drin. Und da ist nochmal so ein Kumpel. So, wenn wir das Ding hier aufmachen, kommen die raus. Und drehen auch direkt. So. Alles klar. Ah gut, dann haben wir das diesmal ja doch geschafft. Ich schaffe das sonst hier nie. Und dann kommt man bloß noch einmal oder zweimal hier vorbei und dann schafft man es wieder nicht. Oh, es nervt. Dann kommen wir nämlich hier rein, die ist sonst zu. Dann ziehen wir hier auch nochmal den Mikro und jetzt das Gequatsche. Aufpassen jetzt hier. Das ist so. Ich habe alle Kumpel jetzt gehört. Ich habe noch einen Kumpel. In der Reihe der Autopäne. Läge mich zu. Wir haben noch ein Kumpel. Dann haben wir auch noch eine Aufmerksamkeit. Das ist natürlich super viel Spaß gemacht. Das ist wirklich mehr tagellokonig, weil wir sie auch haben. noch einer wir haben ja noch einigen gestellt diese klein das meinte ich ja geil der sonst nicht da siehst du dann ist der der weg er dann doch ganz gut hier da haben die noch einigen gestellt diese kleinen übel zumal wir haben ja auch schon wieder den oder ich noch mal eben wegen zeit technisch und so mit krass so 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 jetzt müssen wir echt aufpassen dahingestellt haben weißt du mann denn mal den typen an das nicht so hingehauen mit dem ding unfassbar oh mann die dreckigen haben gegen 2 eingestellt der eine dürfte nicht wieder kommen der ja aus der ecke dürfte nicht wieder kommen aber der hier kommt immer wieder der andere so wir können einmal hier oben aufmachen dann geht das ding hier auf das da da gehen wir gleich rein so das hätten wir uns mal auf gleich nicht auf ihr passt einfach da hin so was auch immer er gemacht hat ich weiß es nicht übel übel schönen tag warren ja so ist das bei sorge man stirbt ziemlich oft sogar so hallo sag mal wie viel hält denn deine vorne aus was ist denn mit dem unglaublich was die manchmal für schläge fressen unglaublich was die manchmal für schläge fressen ist nicht mehr feierlich guck mal was ich hier meine dings nehme licht an und dann mal hier runter wieder doch an zu die gehört dann wohl mir vielen dank ich hoffe der typ ist nicht mehr da jeder steht nicht da man wieso sind wir hier vorne ja da hinten ist der staubtauger noch ja da kann man nämlich hier aufmachen da sind wir nämlich die leute dass der wieder aufbau das nehmen wir mit jedem start entwickeln wir projekte unsere forschung macht ja keine so können wir dann wieder was aufwerten hier guck mal den auf 71 fehlt uns noch einer auf 72 kopfmodul ist hier haben wir leider nicht genügend teile den können wir noch mal und noch mal also wieder auf 59 mehr habe ich jetzt nicht okay gut waffe können wir nicht die eine waffe ist fertig hier habe ich ausgemacht immerhin 215 der wieder seine tochter ich habe wer bist du weißt du was ja los ist okay dann guck mal dass man seine tochter noch nicht halt verkehrt ich könnte da zwar auch jetzt aber wenn man einmal versucht was wir hier tun wir erforschen neue methoden welche die grenzen des machbaren immer weiter ausdenken genau die könnte das macht was hat eure arbeit die zukunft der menschheit und bringt uns unserem ziel stück für stück näher es ist eine große aufgabe doch zusammen mann weißt du gut wir waren noch irgendwie bei pansen gibt es denn sowas so jetzt haben wir sagen hallo kommst du jetzt dann helfe ich dir eben mal kumpel muss mal aufpassen der andere typ ist ja dann auch wieder hier dann glaube ich da das ist so ein drecks panzen so ist offen jetzt dann kommen wir durch jetzt wird auch wieder interessant hier das problem mit den nennen ist ich weiß nicht warum das niemanden außer mir das gibt es ja gar nicht was hält die aus naja jetzt ist sie down ok guck mal hier rüber das ding holen und hier unten müsse gleich auch noch irgendwo einer sein nein was mache ich denn so 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 Oh Nein Oh Die Mischung macht's, ne? Die Mischung Ich sag's euch Naja 300.000 Alte Fall ist ja eigentlich noch gar nichts Lauf ich hier lang? Nee, ich glaub oben Wurde Rom an einem Tag erbracht? Wir alle kennen die Antworten darauf Warum also denken die Leute dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin hat es zwei Jahrhunderte gedauert sie zu ruinieren Bitte kooperiere zu deiner eigenen Sicherheit mit allen offiziellen Herausforderungen während der Bereich der Hilfe spüren der und in 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 Okay. Gib mir ja dein Stuff, Junge. Wir müssen hier lang. Boah, du kleine Ratte. Ich hab doch immer seinen Arm getroffen. Was ist denn da los? Die Typen unglaublich, ey. Ja, dann bist du wohl mal dein Kopf los, Kumpel. Gehen wir mal lieber in Nummer sicher hier. Okay. Okay. So, dann machen wir mal unten auf. So, aufgegangen ist hier unten das Ding. Da oben hole ich mir auf jeden Fall noch das Teil hier. Jetzt müssen wir aufpassen. Wieder mal. Ich greife mich mal kurz auf. Da kommt nämlich so ein richtig krasser wieder. Abfahrt, Kollege. So, da kommen wir mal wieder ein Stück weiter. Na komm. Hey. Und ab mit dem Kopf. Vielen Dank. War ja hinten jetzt noch irgendwas. Bis zum nächsten Mal.